Nee, muss grad nicht normal sein. Einmal reicht auch. Können wir jetzt wieder nachgucken. . . . Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das für ein Geräusch? 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 Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Jetzt lief scheiße. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Watch how you go out in the meadows, they're full of- Grape Schrauben Ich bin mir gar nicht mehr so lange, sie sind die Schrauben Ich bin mir gar nicht mehr. Wenn ich nicht mehr so lange, wie ich es versuche, dann aber noch nicht mehr. Ich weiß doch schon mal. Es ist ein Reden... Ich glaube die Reden 5 habe ich bereits. Muss ich auch schon lange wissen, sonst wäre ich hier nie hingekommen. Es ist ein Reden... Es ist ein Reden... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hi there. Don't worry about the dog. He won't bite. I've done it. I have to give him a little excitement. And then I grabbed something. A shovel or something. Who goes there? Oh, it's a young girl. Don't touch anything. People steal me, Clyde. I know you all hate me. What did I ever do to any of you? I give an honest bark and I go out. Pull into rubies. I say I've been late and work my fingers through the bones. Are any of you appreciated? No. No, I believe that when it's so yellow light, I don't make any of you. Or, no, I don't know. I don't know. Just look like this No, no, no. This shit's like something out there in the woods as a hedgehog But, the sherry, I'm used to throwing bees Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sind für eine Geräusche, sieht irgendwie aus wie so ein Mensch, aber Nein, nicht, da braucht es noch einer So das Ja Nein Kann ich immer wieder hinkommen und mich heilen lassen, bitte Wie ich da getroffen habe, war noch ungefähr drei Meter weit weg, aber vorhin, als er mit seinem Kopf durch mein Schwert gerannt ist, hat das nicht getroffen Ja 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 Oof. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss noch mal die Steuerung angucken. Ich meine, irgendwie muss ich den doch einsetzen können. Ich muss noch mal die Steuerung angucken. Ich muss noch mal die Steuerung angucken. Ich dachte, das brauche ich dann wieder am Anfang. Natürlich nicht. Ich gucke mal, wie man einen Schlüssel irgendwie besonders einsetzt oder so. Ich danke das mal. Ich glaube, das ist so klein. Amen. Okay. Anscheinend soll man die Automatisch-Tür an eine verschlossene Tür rangeht. Soll das einfach aufgehen. Da bin ich irgendwie nicht richtig rangegangen. Soll das einfach aufgehen. 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 Und ... Das ist ja ... Ich weiß nicht ... Die waren Skelete ... Deception ist all around mich ... Soll das bloß heißen? Irgendein versteckter Ausgang? Nee, 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 nee. Das ist ja ... Das ist ja ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020